liebe freunde vielen dank dass sie mich eingeladen haben aber sie haben auch eingeladen meine freunde mit denen wir schon sehr schön ich 40 jahre zu lang zusammen kämpfen ich möchte sie vorstellen wir haben alexander hall und brunner unser veranträger alex hat in aus dem heim isieu durch klaus barbie seine zwei schwestern verloren sein vater ist in lyon hingerichtet worden und sein bruder ist aus lyon drang sie nach auschwitz deportiert wurden alex glaubte immer dass der bruder in auschwitz gestorben ist aber er hat dann erfahren dass er aus auschwitz noch mal hauten mauthausen busen kam und nach grölitz und dann 19 am 17 april 1945 in kurs litz hingerichtet wurde im april nächsten jahres werden kursitz ein denkmal für seinen bruder aufstellen und morgen sind wir in mauthausen und werden dort ein kranz niederlegen und an leon hall und brunner glauben denken er war 13 jahre alt als das geschah dann haben wir alex jack de rose und benjamin asenheim auch kämpfer seit jahren seit 40 jahren beide waren mit mir zusammen in österreich gegen waldheim und heider dann haben wir frau georg der fotografiert immer fotografiert und sarah sarah von georg von jack de rose sind die schwestern und brüder deportiert worden von asenheim der vater claude bushelberg ist sein vater ist auch deportiert worden er ist journalist schreibt in der jüdischen zeitungen hat radioprogramme und wird über dieses event auch berichten er hat bücher geschrieben und filme gemacht sarah und george sarahs vater ist deportiert worden sie sind auch seit langem mit uns sie sind auch sehr aktiv in einer jüdischen synagoge in paris in der plaste wo gestalten dort das kulturprogramm und die ganzen mails die wir verschreiben um zu den erinnerungen anzug aufzurufen kommt durchs mail von von georg und sie sehen ja auch er wird heute hier fotografieren das sind meine freunde und wir sind alle sehr dankbar dass sie mitkommen konnten und wir werden eben morgen in mauthausen dann sein dann möchte ich ihnen auch noch vielleicht sagen was mich vorstellen denn ich bin ja die nicht jüdin in einer kleinen gruppe ich bin wie schon gesagt 1939 einer kleinen bürgerlichen familie in berlin zur welt gekommen mein vater war versicherungsangestellter meine mutter putzfrau mein vater gefreiter in der wehrmacht hat den krieg überlebt und meine mutter und ich konnten den bombenangriffen auf berlin entkommen in ruinen von berlin habe ich dann später meine kindheit und jugend verbracht man hatte mir niemals über hitler gesprochen ich wusste nicht warum berlin zerbombt und in vier besatzungswohnen aufgeteilt war von den eltern und lehrern gab es keine erklärung es hieß nur kurz wir haben den krieg verloren jetzt muss hart gearbeitet werden meine eltern hatten nichts vergessen aber auch nichts gelernt aus den ereignissen zwischen 1933 und 1945 sie waren keine nazis gewesen hatten obwohl wie die stille mehrheit der deutschen hitler gestimmt meine mutter mit den nachbarn wenn meine mutter mit den nachbarn über den krieg sprach dann klagte sie nur wer das eigene schicksal und fühlte sich ungerecht behandelt niemals ein wort des mitleids oder des verstehens für die anderen völker die über die deutsche die von deutschland verbrauchen über die deutschland die verbrauchen verbrechen gebracht allerdings schimpften sie immer auf die russen während der luftbrücke hörten wir tag und nach das brummen der flugzeuge über uns in berlin die mit uns mit nahrung versorgen auch hier stellte ich keine fragen wurde 1954 in der evangelisch lutherischen kirche am hohen zollernplatz konfirmiert hier wurde ich auch getauft ich war aber nicht gläubig nachdem wir bis zu diesem zeitpunkt als untermieter in einem zimmer gelebt hatten erhielten wir eine zweizimmerwohnung ich wurde dann hatte ich mein eigenes zimmer mit 18 jahren nach zwei jahren höherer handelsschule fand ich eine anstellung einer firma die hieß sharing ich arbeite in einer patentabteilung als sekretärin schrieb formeln ab von denen überhaupt nicht verstand und eines tages wurde mir klar dass ich aus dieser umgebung fliehen musste und auch nicht mehr meinen eltern zusammenleben wollte allerdings wusste ich nicht genau was ich eigentlich wollte nur fühlte ich dass sich etwas ändern musste der von meiner mutter vorgeschriebene weg sagte mir nicht zu sparbuch anlegen aufsteuern vorbereiten und dann eine vernunftsehe eingehen am 13 februar 1960 wurde es 21 jahre alt hatte ich nur eine idee im kopf diese stadt zu verlassen obwohl ich mich tief mit berlin verbunden fühlte an den sonntagen besuchte ich oft unsere wandschaft in ostberlin beliebten westberlin besuchte denkmäler museen und durchlief die straßen von west und oft für mich endete berlin nicht am brandenburger tor ich fühlte mich genauso zu hause im tiergarten oder auf der allee unter den linnen ich verstand nichts von der politik oder der geschichte aber ich hatte immer das gefühl berlin ist eine vereinte stadt mit 21 jahren fahre ich mit einer freundin nach paris für meine eltern bin ich ein schlechtes mädchen ich arbeite als au pair mädchen das heißt in der familie und ging zur sprachschule sehr schnell begegne ich dann meinem späteren mann serz es war der erste mai 1960 an dem tag genau an dem adolf eichmann von den israelis aus bundes air entführt wurde es ist jude er hat seinen vater ausschuss verloren er hat geschichte studiert und besuchte zu dieser zeit die hochschule für politische wissenschaften er wird dann später rechtsanwalt einige freunde von serz haben den deutschen gegenüber vorteile ihn spielt das schlechte bild deutschlands vor augen erklärte mir die geschichte deutschlands er verlangte nicht von mir zum jüdischen glauben überzutreten sondern sagte mir im gegenteil du musst dich immer als deutsche fühlen und führte als beispiel an hans und sofi scholl hans und sofi scholl waren katholische ständen die sich den nazis widersetzen und hierfür zusammen mit einigen kameraden und lehrern mit dem fall bei hingerichtet wurden sie waren ihrem kampf nicht erfolgreich aber sie haben sich aufgeopfert und das hat serz auch motiviert nicht in allen deutschen nazis zu sehen ich meine das hatte kein schuldgefühl aber ich wusste wenn man deutsche sein wollte musste man seinen historischen und moralischen verpflichtungen mit begeisterung nachkommen bin daher 1964 sofort nach seiner gründung von adenau und de gaulle in das deutsch französische jugendwerk eingetreten als sekretärin dann wurde 1965 unser sohn arno geboren nahm ein jahr urlaub ich wurde mitglied der spd weil ich willi brandt bewunderte ich traf ihn 1966 in paris er hatte gerade zwei weite zwar seine zweite wahl hinter niederlage erlitten ich sprach ihm ein volles vertrauen und sagte hinter ihnen steht ein junges deutschland das sich für ihren kampf gegen die nazis bewundert einen deutschen wie sie brauchen wir als bundeskanzler geben sie nicht auf 1966 wurde dann kurde herr kissinger zum bundeskanzler in bonn gewählt die presse sprach nur kurz von seiner nazi vergangenheit aber der philosoph karl jaspers den ich sehr schätze schrieb hierzu eine kleine minderheit der deutschlands bestürzt die tatsche dass ihr staat die bundesrepublik deutschland von einem ehemaligen nationalsozialisten geführt wird ist für sie schrecklich denn von neuen fühlte sich ausgeschlossen was vor zehn jahren unmöglich erschienen ist jetzt fast ohne widerstand eingetreten ein ehemaliger nationalsozialist ist jetzt präsident ist bundeskanzler geworden von jetzt an spielt es keine rolle mehr ob man nationalsozialist war oder nicht als minister brenn von baden-württemberg gab es keinen wählen ein einwender aber bundeskanzler das ist etwas an ich habe mich dann an das flugball von hans und soviel scholl erinnert an ihren letzten aufruf an wen an uns allen und an jeden unter uns sie sagten in dem flugblatt wenn eines tages der krieg beendet ist sollte man aus sorge um die zukunft die schuldigen hart bestrafen um ihnen lust zu nehmen sich noch einmal in ein derartiges abenteuer zu stürzen vergesst auch nicht die kleinen schweinehunde des regimes erinnert euch an ihren namen dass nicht einer unter ihnen kommt damit sie nicht in letzter minute ihre weste wenden und zu tun als wäre nichts geschehen das war der auslöser für mich zu handeln am beispiel von sich von den geschwistern schul wurde mir auch klar dass man nicht sofort dass man sich sofort in den kampf stürzen muss ohne des erfolges sicher zu sein man muss vor allem mut beweisen seinen gewissen folgen und die augen offen halten die folgen taten können dann nur ein anspruch sein im jahr 1967 veröffentlicht in eine freie tribüne in der linksliberalen zeitung kombach ich mache eine gegenüberstellung der beiden deutschen gesichter deutschlands kiesinger willi brandt im märz 67 veröffentlichte meine zweite freie tribüne in kombach es hieß damals warum muss man auf willi brandt setzen am 30 august wurde ich aus dem deutsch französischen jugendwerk fristlos entlassen weil ich einer dritten freien tribüne geschrieben hatte als ich von kissinger sprach dieser mann hat sich einen genauso guten ruf geschaffen in den reihen der braunhelm wie in reihen der christdemokraten christdemokraten ich rufe zersche und wir treffen uns er sagt wie kann es wie kann ich es hinnehmen dass du aus dem deutsch französischen jugendwerk in paris entlassen wirst du bist nicht nur eine deutsche noch eine französin und du bist die erste in frankreich seit kriegsende weil die die wahrheit über einen deutschen nazi gesagt hast wir können nicht tatenlos bleiben wir müssen uns zur wehr setzen wir müssen alles in die wachstelle legen um auch erfolgreich zu sein und dafür müssen wir priorität setzen und dass wir ein totales engagement von uns beiden sein um es muss ein totales engagement von uns beiden sein um diesen kampf zu gewinnen es musste gehandelt werden aber wie das speichel von scholl ist entscheidend für mich der kampf gegen den nazismus sofort aufgenommen werden auch wenn er nicht mit erfolg gesichert ist man muss vor allem mutig sein seinem gewissen folgen die augen öffnen und handeln danach werde meinen taten folgen und mich vorantreiben wir befinden uns in späten 60 jahren ich möchte jetzt eine kurze zusammenfassung meiner arbeit geben damit sie meine beweggründe verstehen auch den einzelnen tappen verfolgen können zu aller erst musste eine seriöse kiesinger akte zusammengestellt werden uns wurden die archive in ostberlin geöffnet in den usa und diese unterlagen musste eine weite verbreitung finden besonders in den deutschen universitäten es war auch notwendig sie an die öffentlichkeit zu bringen und hierfür bedurfte es einer dumm durchdringenden um in symbolischen aktionen die deutsche politische gesellschaft musste aufgerüttelt um zum nachbanken gezwungen werden 1968 unterbreche ich im deutschen bundestag in bonn die rede von kiesinger mit dem aufruf kiesinger nazi abtreten es folgte dann nach dem attentat auf ruhig in berlin ein neonazi hat auf ihn geschossen die erste demonstration im mai 1968 in paris von der deutschen botschaft am 9 mai kündigte in der technischen universität in berlin einer versammlung zusammen mit günter gras johannes agnoli eckhard krippendorf jakob taubus und michael lang vom jüdischen abendkreis an dass ich den bundeskanzler in aller öffentlichkeit aufweigen werde das gelingt mir am 7 november an meinem fünften hochzeitstag kieser trägt kiesinger trägt von dieser ohrfeige ein braunes auge davon das geschah auf dem cdu-parteitag in westberlin in anwesenheit von hunderten von journalisten die kongresshalle von von tausend von polizisten abgesichert die leibwächter von kiesinger hatten schon die waffe gezogen konnten aber nicht schießen da ich hinter kiesinger stand ich wurde arm selbst zu einem jahr gefängnis ohne bewehrung verurteilt die strafe konnte aber nicht sofort in kraft treten denn ich war auch eine französische französin in berlin dadurch geschützt dass es damals unter dem status der vier alliierten noch stand der schock dieser ohrfeige war ungeheuerlich man erkannte darin die ohrfeige die die tochter dem vater gab und der richter fragte mich wie konnten sie wollen das wort gewalt wie konnten sie nur gewalt gegen den kanzler anwenden und ich antworte es gewalt ist es wenn man der deutschen jugend einen nazikanzler aufzwingt ich führte danach ich führte danach einen bitterten kampf gegen kiesinger eine woche nach der ohrfeige mobilierte ich junge juden und junge belgern brüssel wo kiesinger vor den delegierten der otan sprechen sollte seine rede wurde mehrmals unterbrochen und von der zuschauertribüne warfen die demonstranten zettelchen mit seiner mitgliedsnummer der nsdap und wo immer auch in der folge auftrat auftrat demonstrierten jugendliche mit ihm kiesinger nazi kiesinger nachte ich wurde dann im september 69 für die bundestagswahlen aus als kandidat im gleichen wahlkreis wie kiesinger aufgestellt für eine linke partei von der spd die adf in wirklichkeit aber führte ich einen wahlkampf für willi brandt der dann 1969 bundeskanzler wurde und mit der ftb eine koalition schloss die neonazis der nbd gegen die wir auch gekämpft haben konnten die fünf prozent hürde nicht überspringen um in den bundestag einzusehen willi brandt wurde bundeskanzler und und er lässt er löste seine versprechen ein aufnahme der gespräche mit der ddr er gedachte der opfer des nationalsozialismus als er vor dem ghetto in denkmal in warschau niederkniete und zeichnet 1970 die ostverträge mit polen und russland ich hatte geglaubt nun gut vielleicht wäre das zu ende ich könnte mich meiner familie widmen aber dann sagte die neue die koalition wurde geschlossen mit der ftp und willi brandt hatte wahrscheinlich dort ein versprechen gegeben und ein gewisser ernst achenbach der in der ftp war hatte gefragt ob er nicht als europakommissar nach brüssel gehen kann achenbach war während des krieges in frankreich der leiter der politischen abteilung in der deutschen botschaft und auch verantwortlich für die deportation polnischer juden wie konnten wir zulassen damals gab es nur sechs europäische europäische wie konnten wir zulassen dass dieser mann nach brüssel geht in die länder die von den nazis okkupiert waren also mussten wir wieder handeln wir haben dann die akte von achenbach zusammengetragen und ich habe sie dann in brüssel in amsterdam in frankreich verteilt und unter dem skandal der da ausbrach musste der musste die der bundesrepublik achenbach als kandidat für den europapräsident europakommissar zurücknehmen dann hätten wir wieder sagen können gut die sache ist gelaufen aber dann mit unseren freunden die sie hier sehen haben wir gemerkt dass sie immer noch darunter litten dass die eltern die buchte die geschwister die kinder und wir mussten dann feststellen dass all diejenigen die nettes verbrecher die nach dem kriege 250 wurden von dem vom französischen militärgericht in abwesend verurteilt zum lebenslangen oder zu rome zum tode dass die alle frei in der bundesrepublik lebten sie waren dann nach dem krieg mit der armee zurückgegangen nach deutschland hatten dann hier wunderbare funktionen es war leider nichts zu machen denn sie hatten dann die franzosen hatten mit den deutschen ein abkommen abgezeichnet das war das abkommen zum überleitungsvertrag die franzosen hatten da gesagt also die jenen die in frankreich abwesenheit verurteilt werden dürfen nicht mehr von deutschen gerichten verurteilt werden denn sie hat natürlich angst dass die zu geringen strafen verurteilt wurden oder freigesprochen und es war dann eine falle würde ich sagen um diese männer zu verurteilen die franzosen taten auch nicht viel dazu und aber es musste was geschehen und wir haben dann versucht etwas in die wege zu leiten und als willi brand 1961 bundeskanzler wurde wurde ein zusatz abkommen zu diesem überleitungsvertrag unterzeichnet der es dann ermöglicht dass dns verbrecher die in frankreich tätig waren jetzt von deutsch vor deutsche gerichte gestellt werden konnten das war natürlich keine leichte sache denn die lebten alle öffentlich und hätten nie gedacht dass sie eines tages mal zur verantwortung gezogen werden und also wir mussten handeln wie auch die ohrfeige wir handelten das heißt mit unseren freunden zuerst waren zerschein ich allein aber dann versuchten wir durch spektakuläre aktion etwas zu erreichen wir hatten uns dann auf drei ns verbrecher konzentriert kurt lischka der schon chef der polizei in der gestapo in berlin war vor dem krieg verantwortlich für die ersten judenfestnahmen nach kristallnacht herbert hagen chef der sicherheitspolizei und ernst heinrichs und ein junger mann der verantwortlich war für das judenreferat die drei hatten herausgenommen und wollten versuchen also dass sie eines tages vor gericht gestellt werden können aber es war nicht leicht gewesen denn es kam nichts zustande der vertrag war unterzeichnet von brand aber nichts geschah also wie immer demonstration kurt lischka hatte zum wohnen arbeitete einer getreidefirma die gott sei dank gleich hinter dem hauptbahnhof in köln lag natürlich wenn wir morgen abends es gab damals noch die nachtzug aus paris nach köln anreisten morgens das erste vor seinem büro und die fensterscheiben einschlagen mit lischka lischka kriegsverbrecher du musst bestraft werden natürlich das alles führte dazu dass die polizei kam wir festgenommen wurden die die öffentlichkeit mobilisiert aber diese aktion haben eben erlaubt dass wir die pol die deutsche politik aufrütteln konnten die journalisten berichteten darüber und man verstanden nicht besonders in frankreich auch unter anderen in amerika und israel wie konnte es möglich sein dass die jenen die nach verlangen dass die ns verbrecher bei straf werden ins gefängnis müssen oder geschlagen werden von der polizei und nichts mit den ns verbrechern es waren viele aktionen ich will jetzt nicht alle sagen wir hatten dann auch versucht kotlischka zu empführen was natürlich nicht gelangt wir waren keine professionellen gewesen aber immerhin war dafür wurde ich wurde haftbefehl ausgestellt gegen mein mann und ich ich kam da mit dem haftbefehl wieder freiwillig nach deutschland ich hatte damit zwei freunden die ausschütze erlebt haben in der gefängniskleidung waren wir dachau wurde ich festgenommen saß fünf wochen im gefängnis in ossendorf ein aber wir hatten dann natürlich kam intervenierte der französische präsident in israel intervenierte man und so hatten wir erreicht dass also etwas geschehen musste und man wurde dann eben sollte dann der vertrag musste ratifiziert werden und wir näherten unsere ratifizierung natürlich cdu wollte natürlich ratifizieren um wer saß wieder mal im auswähltenausschuss und verhinderte die ratifizierung des deutsch französischen zusatz abkommen unser ernst achtenbach da war er wieder mal gewesen nicht und versuchte das zu verhindern also demonstrationen vor dem vor dem bundestag in bonn festnahmen und der vertrag wurde ratifiziert 1975 er hieß lex klarsfeld dann mussten wir wieder weiter kämpfen bis 1979 anklage musste erhoben werden aber 1979 gab es dann diesen prozess in köln es war ein einmaliger prozess wo wir auch wieder angereist kam am letzten tag der verhandlung am letzten am ersten tag der bevor der prozess also begann da kamen wir mit einer gruppe von 6000 juden nach köln wir marschierten durch die straßen und sagten also wenn es zu keinen verurteilung kommen wird wir haben den druck von der straße wir werden dann wieder agitieren gott sei dank wir hatten einen jungen richter der nicht in die nazi vergangenheit gemischt hat noch nicht gemischt hatte herr fassbinder dem ist wohl schwer fiel die ns verbrecher die ja sehr sagt der wir haben sie zu hause gesehen gehabt sie sahen aus wie ganz gewöhnliche leute ja sie haben ja nach dem krieg keine verbrechen begonnen einer davon verantwortlich war für das judenreferat heinrichs war bürgermeister gewesen in bayern und rechtsanwalt also sie waren alle wirklich sehr 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 sie waren sie gehörten zur deutschen gesellschaft und aber trotz allem sagt er wir müssen sie verurteilen durch sie wird werden die anderen alle verurteilt es kamen dann zu gefängnisstrafen von zehn zwölf und sechs jahren ist natürlich nicht alle absaßen denn ich meine die waren sowieso schon zwei drittel nur und dann waren einige schon in englischer geschenkenschaft es wurde abgerechnet aber immerhin als der kotliska eines tages in köln aufsuchten wir hatten dann bei ihm geklingelt er ließ uns rein wir brachten seine ganzen dokumente mit und sagten herr lischka sie werden eines tages verurteilt ha 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 sagte er von der deutschen justiz habe ich auch nichts zu fürchten und dann wurde er eines tages verurteilt und das war für uns genugtüren ich sagte für unsere freunde die opfer es war nicht ein kampf der rache aber es war ein kampf der rechtlichkeit dass die in es vorher die darüber lachten also dass man die juden hagen sagte im prozess ja kinder wurden deportiert getrennt von den eltern in in einigen transporten man brachte dann andere juden in diese transporte denn die deutschen wollten nicht dass es kindertransporte nach ausschuss gibt es sagte herbert sagen auch ich dachte nach dem kriege würden diese kinder die er die eltern in palästina wiederfinden das waren diese argumente dieser nest verbrecher wir haben es jemals geschafft und wir hatten auch diesen prozess eben ein memorialhof veröffentlicht muss der sein man wusste nicht wie viele juden aus frankreich deportiert waren es waren 76.000 die deutschen untertrieben die franzosen übertrieben die machten alle widerstandskamper damit hinein und von den 76.000 juden waren sieben 11.400 kinder im alter unter 18 jahren es waren auch 3.000 juden die aus österreich kamen und 7.000 juden aus deutschland wir haben dann 1981 in israel in roglet ein denkmal gebaut seine wand von 35 meter lang und fünf meter hoch mit all den namen der aus frankreich deportierten juden wir haben dann auch geld gesammelt für den kkl um bäume zu pflanzen ich weiß der französische botschafter der deutsche botschafter kam für eine gedenktafel für die deutschen juden der österreichische botschaft kam auch nach roglet um eine gedenktafel für die aus österreich österreichischen juden zu errichten die dort die dort deportiert wurden das war eine aufgabe die wir hatten aber auch während dieser zeit kam etwas ganz plötzliches auf und zu eines haus kommt nach hause und sagt hör mal im wild im jüdischen dokumentenzentrum habe ich eine deutsche wirklich ein ein dokument in deutsch gefunden ein ein einstellungsverfahren aus gegen ein klaus barby butcher von lyon auch der töte hatte damals jean moulin zu tode geföltert und in diesem dokument heißt es klaus barby der schon nicht mehr in deutschland lebte das wussten wir aber eine organisation die vvn für die vereinigung für verfolgte des nazis regimes hat sich strafantrag ihn für ihn für ihn gestellt das war schon zehn jahre her jedenfalls eines tages 71 entscheidet ein staatsanwalt in wünschen das verfahren einzustellen und die begründung war also die 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 vvn hatte gesagt er hat widerstandskämpfer informer und in leon hingerichtet und die deportation des jüdischen kinderheims 44 jüdische kinder kurz vor kriegsende 1944 im april also was sagte die wie hieß der einstellungsbeschluss klaus barby wenn er die hingerichtet hat die die widerstandskämpfer dann brauchen wir augenzeugen die 44 jüdischen kinder die deportiert wurden bitte wir brauchen den subjektiven beweis dass klaus barby wissen konnte 44 jüdische kinder kurz vor kriegsende deportiert ohne eltern dass die in den tod ging das war die begründung des staatsanwaltes da was sollte uns übrig bleiben wir mussten handeln und ich hatte dann eben im telefonbuch nachgesucht und fand zwei mütter deren kinder aus auschwitz deportiert worden das ist die mutter die von die von 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 alex sie haben ja vorgestellt hallo brunner frau hallo brunner sagte die beiden mädchen wurden aus dem kinderheim deportiert und frau hallo brunner hatte mit alex und einer anderen tochter monik überlebt das hallo brunner wir müssen was tun wir müssen was tun ja sagt beate wenn du willst ich mache alles zuerst war er zuerst war verantwortlich hatte frau hat wenn die gegel gesagt ihre gesehen ihre drei söhne waren aus 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 dem deportiert worden ich sagte frau wenn die wir waren jetzt nach münchen fahren staatsanwalt bitten das verfahren wieder aufzunehmen und wir gingen dann mit einer gruppe widerstandskämpfer die wurden von der staatsanwaltschaft empfangen weder frau werden die noch ich aber dann am nächsten morgen frau wenn die gesagt ich bleibe hier wir saßen dann vor dem gerichtsgebäude sie hatte dann ein hungerstreik angekündigt die journalisten kamen und sagt man frau wenn die gesagt ja ich bevor ich verforderte die bestrafung von klaus barby der meine drei söhne hat deportieren lassen aus isö dann abends wir saßen immer noch da es war kalt dann sagte der staatsanwalt dann kommen sie doch mal hoch und ich will ja was tun aber was kann ich für sie tun nun gut wenn sie den beweis bringen können dass klaus barby wusste das schicksal der juden ein tut der tod ist dann würde ich das verfahren wieder aufnehmen zersche hat dann versucht in paris folgen zu finden und einer der gehörte zu einer sozialen veranstaltungsgruppe in paris der eines tages mal zu klaus barby ging und sagte anstatt die die widerständigkeit juden in form und nix hinzurichten schicken sie sie ins arbeitslager den osten und da hatte dann klaus barby gesagt hier erschießen oder auschwitz gleiche der tod das war der beweis und dann war das der anlass war wieder aufnahme des verfahrens es wurden artikel veröffentlicht ein junger deutscher der in lima lebte sagte aber das foto von klaus barby während der kriegszeit das kenne ich das ja ein gewisser klaus altmann der läuft heute hier in in lima mit einem anderen eines verbrechers mit schwendt zusammen und so hatten wir dann eben die erfahrung dass klaus barby unter klaus altmann in lima lebte die staatsarbeitsschaft in münchen half uns jetzt die die personalien von klaus barby zuzufahren wir bekamen sie aus von klaus altmann mit fotos und jetzt war eben die sache gelaufen ich wurde dann nach lima um ihn dort die akten vorzustellen er floh dann nach la paz er war ja bolivianer ich folgte ihm und so war dann bis die erste reise wo ich dann dem justizministerium die akten von klaus barby klaus altmann überbrachte eine zweite reise dann war mit der mutter von frau von alex hallenbrunner es hat vor allem brunner wir müssen was tun wir müssen das nach zwar dann eine zweite reise nach la paz wir müssen dort etwas tun wir müssen die auslieferung von klaus barby fordern und hallo frauen brunner auch nicht so bei guter gesundheit la paz liegt sehr hoch aber sie kam mit mir und wir haben dann uns auf einer bank angekettigt und die auslieferung auf spanisch und deutsch gefordert klaus barby aus bolivien auszuweisen er war damals natürlich von dem diktator banser geschützt es war also kaum irgendwas zu erreichen wir haben damals eine freundin gehabt die ständig überwachte und wir haben dann eben auch die gelegenheit gehabt als die die regierung in bolivien sich wandte und die sozialisten an die regierung kamen wir hatten auch hier versucht klaus barby zu entführen wir hatten dann einer gruppe etwas geld gegeben die hatten ein auto gekauft die sollten ihn dann von bolivien nach chile verbringen das war damals noch unter allende aber natürlich das auto gegen feuer kaputt es war konnte nicht sein aber zumindestens es war ein anlauf gewesen und jemals der damals mithalf bei der bei dem kidnappings war er bekam jetzt staatssekretär in der neuen regierung und gustavo sancho salazar und klaus barby saß gerade im gefängnis weil er die steuer nicht bezahlt hatte die polizei ging ins gefängnis und holte ihn raus brachte ihn zum flughafen barby glaubte dass er nach deutschland ausgeliefert wurde aber als ein französischer jahre ankam sei den französischen gendarm und er hatte seinen großen prozess dann gehabt 1987 in lyon war ein einmaliger prozess mit vielen zeugen frau hall und brünner frau ben gg waren zeugen es war nicht nur die widerstandskämpfer der anklage wieder gegen widerstandskämpfer der morde auch die jüdischen kinder natürlich auch und zwar im prozess der damit endete dass klaus barby zu lebenslang verurteilt wurde und er starb im gefängnis ich hatte auch hier gesehen dass sie noch schrieben von hand von den jenen die in welchen verantwortlich waren da war auch nichts gelaufen da waren zwei einer hieß elas er war senatspräsident in schleswig-holstein der andere war ein kurd asche verantwortlich für das judenreferat asche war kommunalkommissar elas war senatspräsident auch hier mussten wir handeln das war kurz nach dem prozess in köln und auch hier mit den franz mit den juden aus welchen haben wir demonstriert vor dem vor dem haus von elas der prozess wurde in kiel eröffnet elas der das schicksal der von nisch gehangen heinrichson kann das heißt gefängnisstrafen setzt sich in die badewanne mit dem tauchstierer und ermordete sich und klaus asche wurde dann verurteilt das waren prozesse die wir dann geführt haben und die notwendig waren aber wir haben dann auch versucht irgendwie da immerhin uns ein bisschen nach außerhalb zu wenden und wir waren dann eben so ich sagte ich hatte mich damals sehr stark engagiert gegen klaus gegen 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 die bundeskanzler kiesinger und warum sollte ich jetzt ruhig sein wenn klaus wenn baldheim zweimal generalsekretär der vereinten nation bundeskanzler wurde aber meinen ersten zwischenfall hatte ich haben in 1970 schon in österreich gehabt und zwar war hatte österreich des landesanschlusses einen deutschen botschafter akzeptiert einen hans schirmer der vorjahr die funktion von kiesinger hatte in der bund und politischen abteilung und es war eine pressekonferenz wo ich reingegangen und herr kreisky stand sprach gerade gesagt herr kreisky ich bin beate klaresfeld und so weiter und ich möchte sie doch bitten erklären sie mir doch wie das land des anschlusses ein mann wie kurz schirmer als deutschen botschafter hier akzeptieren kann nachher kreisky sagte mir nun gut das ist nicht mein problem das ist das sendeland das sie hierfür verantwortlich machen müssen als karl weitham der 1986 kandidat wurde war es für mich auch eine pflicht hier zu demonstrieren ich hatte hier versucht einige junge leute zu demonstrieren wir hatten bürste gemietet wir kamen heute als aus wien kam am stetten vorbei wir hatten dort einen großen bus für froh nach am stetten wir folgten ja kiesinger waldheim auf sei in seiner wahlkampagne sie wüssten ja damals es war wir wählen wir wien wollten und wir konnten natürlich nicht verhindern wir waren am stetten gewesen wir hatten am stefansplatz demonstriert wurden festgenommen jedenfalls war das unser anliegen und dann haben wir gesagt nun gut wenn er bundespräsident wird dann werden wir versuchen ihn daran zu hindern ins westliche ausland zu reisen und am 25 juni 87 kam dann der papst johannes der paul nach wien für uns war das eigentlich meine gut ich meine musste nicht unbedingt sein und wir hatten dann eben versucht etwas zu organisieren und zwar wir hatten uns ein hotel gemietet oder von stefansdom da wurde ja da der eine service gehalten und arno wir hatten herausgefunden die uniform von kult walther mit den gleichen auszeichnen und die hakenkreuz war auch drauf und unser freund wendermann asen als papst verkleidet und als der konvoi vor der kirche stand wurden wir rissen wir das fenster auf und schütteln die hand der kiesinger waldheim schüttelte die hand dem papst das war natürlich eine ein riesen anlegen gewiesen und wir wurden herausgeholt und ich weiß noch da waren artikel damals im profil möchte ich ihn doch vorlesen noch nicht wir wurden wirklich schlecht behandelt arno klarsfeld angehender französischer rechtsanwalt will anstelle einer geldstrafe von 7500 schilling eine neuntige haft in österreich antreten der 22 klarsfeld war gemeinsam mit seiner mutter beate klarsfeld und sechs millionen der vereinigung der söhne und töchter der jüdischen deportierten aus frankreich am vergangenen freitag von den nunziatur in wien verhaftet worden während drin die vertreter der jüdischen kultusgemeinde dem vom papst empfangen werden mümten draußen arno klarsfeld einer lei uniform ein wehrmachtsoffizier eine weitere kundgebende teilnehmerin war als papst verkleidet unser lieber arno klarsfeld erzählt er habe nach seiner festnahme auf dem kommissar ohne anlass einen fußtritt und einen schlag ins gesicht von einem polizisten bekommt ein kleines schild mit der aufschluss englisch am renneser trug eine französische journalistin helene keller wurde ebenfalls verhaftet helene kinder berichtete ein beamter habe sie schon ein polizei oder gewürgt eine halsmuskel sei dabei verletzt worden sie leidet seither an schwindelanfällen auf dem kommissariat sei ihr von einem großgewachsenen lächelnden polizisten ein schlag ins gesicht versetzt worden während ihrer sechsstündigen haft habe die journalisten vergeblich um eine ärztliche untersuchung gebeten sie habe auch versucht mit dem französischen botschafter in verbindung zu treten arno klarsfeld erhielt eine verwaltungsstrafe wegen des tragens der wehrmachtsuniform und weil er durch das laute schreien der worte waldheim waldheim kriegsverbrecher ungebülligerweise störenden leben erregt hatte klarsfeld zu profilen zahlen werde ich die strafe nicht weil ich das urteil nicht akzeptieren kann und waldheim trug ja diese selbe uniform wurde präsident ich gehe für das tragen dieser uniform ins gefängnis wir haben dann auch noch weiter demonstriert als waldheim nach rom kam das fall wissen das war sein erster besuch ins ausland er wurde vom papst empfangen regierung die israel die die italienische hat es abgelehnt ins empfang wir hatten damit den jüdischen gemeinde in in rom so die straße zur auffahrt zum stephansdom blockiert und weisheim konnte nicht mit seinem paradefahrzeug direkt hinfahren er musste auf umwege hin das war auch immerhin eine möglichkeit dann habe ich gesagt sagt er wenn weiter ins ausland wir werden versuchen sie daran zu hindern dass es westliche ausland kam in paris haben natürlich sofort von der französischen botschaft demonstriert aber er fuhr dann nach ammann und da hatte ich mich dann auf den großen platz gestellt und als sein konvoi verbar kann man mein t-shirt aufgemacht mit dem mit dem platz weiter muss weg ich war auch in isambul gewesen mit juden aus amerika und wir haben dort versucht als die seine visite zu stören wurden natürlich auch weggezogen von unserer demonstration und dann wir waren ja niemals müde ich sagte als jörg heider hier die koalition eingehen europa blockierte die regierung waren wir auch 2000 waren wir mit den visite angereist und wir sehen heute noch die plakate visite 4 und haben dort demonstriert ich nahm an der pressekonferenz teil es war aber notwendig für uns wir standen auch vor dem vor seinem büro in in der straße in hier in wien aber für uns war es durchaus notwendig dass wir auch hier wieder da sind und ich sagte ja so sehen sie unsere organisation die töchter debattiert nun aus frankreich die sich also ständig engagiert hatte und ständig mit aktion und nicht nur mit worten und das ist eine sagte eine gruppe die auch heute noch aktiv ist sagt er wir haben heute natürlich viel zu kämpfen mit dem rechtsextremismus in frankreich das wird natürlich ein anderes gespräch sein aber ich möchte doch immerhin sagen ach wir haben auch noch versucht ja vergesse ich noch als die vielen natürlich philharmoniker am 8 märz 2000 nach nach paris kamen haben wir an die einen brief geschrieben und haben gesagt wenn sie jetzt im theater chancellisee spielen sollen sich von heider trennen entweder sie beginnen mit einer mit der hatik war oder mit der internationalen oder marseillese natürlich wurde es nicht angenommen wir demonstrieren natürlich vor dem theater aber sie haben sich nicht von heider distanziert sehen sie das sind die aktionen die wir durchgeführt haben wir haben auch viel veröffentlicht sagt ja wir haben uns die ganze zeit zu herrscht hat ja viele bücher veröffentlicht dachte ich sprach von dem memorialbuch der juden die aus frankreich deportiert wurden wir haben hier die kinder von isieux da waren ja auch einige österreichische kinder deportiert worden besonders dass das buch von georgie alpern der kleine österreicher der deportiert wurde das ist alles wir versuchen jetzt gerade in wien noch eine tafel für georgie alpern zu bekommen an seinem haus wer wohnt aber da sind die mieter wo sonst noch nicht einig eine hat schon eine tafel hier in wien und zwar an seinem wohnhaus und zwar war das ist der hans ahmens der hat eine tafel hier in wien die aktion sagte ich ja ihn weiter wir haben auch versucht und erreicht dass in frankreich die kollaboratoren mit den deutschen veröffent verurteilt wurden das war der prozess bei morris papon wo mein sohn wie auch immer uns als als rechtsanwalt die söhne töchter vertrat papon war generalsekretär in der präfektion bordeaux verantwortlich auch für die deportation der juden er war nach dem krieg geschäft der französischen polizei minister gewesen und hätte wahrscheinlich auch nicht geglaubt dass er eines tages in bordeaux angeklagt wird und wurde zu zehn jahren gefängnis verurteilt hier natürlich nicht absatz aber immerhin jane g hatten wir auch aufmerksam darauf gemacht er ist dann aber von einem in jemanden in seiner wohnung erschossen worden aber zumindestens tuvié das war einer der mitzimmern in lyon der auch von der katholischen kirche lange geschützt wurde und da haben wir auch erreicht dass er dann verurteilt wurde zu lebenslanger starb im befängnis das sind eben die sagte diese prozesse die wir durchbekommen haben aber ich habe mich auch engagiert ich sagte dagegen sagte ich habe meine moralischen verpflichtungen als deutsch immer eingehalten 1970 obwohl ich gute beziehungen zu der ddr hatte ich bin dann prages medaille bekommen bin zum 20 jahrestag als ehrengast eingeladen worden aber trotz allem als der antisemitismus antizionismus in warschau begann habe ich mich 1971 in warschau habe ich dort angekettet und gegen antisemitismus demonstriert etwas später in prag gegen antisemismus und richtalinisierung ich habe auch versucht mich zu engagieren das erste mal wir haben jetzt wieder ganz groß in den zeitungen alles brunner ich war das erste mal 1971 in damaskus gewesen das war nach dem jonki war krieg als und hatte gefordert die liste der israelischen kriegsgefangenen die auf der goland höhe festgenommen und herauszugeben und das rote kreuz im besuch sie besuchen zu lassen und versuchte auch zu erreichen dass die juden die damals nicht aus sie und ausreisen konnten das war meine aktion damals dachte ich ja auch habe in arabischen ländern profit demonstriert für israel als deutsch immer gesagt also ich weiß was es ist aber wir müssen wir muss versuchen ein frieden zu finden zwischen dem zwischen den zwischen israel und den jüten und den arabern es war immer mein anliegen gewesen wir ich habe auch versucht damals in beirut als die jüdische geiseln festgenommen worden ich habe mich als geisel vorgeschlagen und gesagt man muss sie freilassen wurden leider gottes dort hingerichtet auch in südamerika war ich aktiv damals während der im bundes air während der zeit der juni unter es waren ja damals auch viele juden die dort verschwanden sie wissen ja in dieser kaserne man brachte sie dann im flugzeug über die über das meer und ließ sie dann hinunterfallen ich hatte es vor kurzem mal gesucht dieses museum auch da habe ich mich engagiert ich meine es war meine rolle als deutsche immerhin zu versuchen ich meine ich wäre das deutsche volk hat so viel auf sich genommen und man kann als deutsche versuchen etwas gut zu machen indem man sich engagiert und was ich auch immer getan habe wurde natürlich davon auch ausgezeichnet die knesset hat mich zweimal für den frieden zum bellpreis vorgeschlagen in israel in frankreich wurde ich mehrere mal ausgezeichnet von mitterrand chirac sarkozy und letztlich von hollande jetzt bin ich grand officier de la légende neure zuerst ist geworden was wir haben muss in deutschland fehlt es eben noch aber nun gut ich meine sagt der gewalt ist gewalt sagt mir immer sie haben gewalt eines tages und da kann man natürlich keinen auszeichnen der gewalt hat obwohl diese hatten schirme habe ich gerade nachgelesen auch das hohe bundesverdienstkreuz in deutschland bekommen hatte derjenige der hier deutscher botschafter in wien war das sind eben diese vielleicht jetzt doch noch nicht das sind diese aktionen die wir durchführen aber auch mit den fiese viel mein mann hat es erreicht dass wir auch die fiese viel materiell sie sprachen vorhin von den bildern die zurückgegeben wurden wir haben es erreicht zuerst dass diejenigen deren eltern deportiert wurden aus frankreich die oft kaum noch mittel hatten dass der französische staat in eine waisenrente bezahlte auf ein oder zwei familien die da eltern deportiert wurden es war vor zwei teil im jahr 2000 etwas ist diese rente gezahlt worden die auch heute noch gezahlt wird bis ihrem lebensende wir haben viel auch getan um auch hier unseren freunden zu helfen denn ich meine das war notwendig um sie auch finanziell abzustürzen mein mann gehört zu vielen organisationen es gibt die wiedergutmachung wir hören auch zu denen wir haben auch viele mitgetan um in frankreich die ganze museum aufzubauen wir haben in sagt ja vorhin die kinder von isieu ich war vor auch vor zwei jahren mal hier in wien da wurde eine ausstellung die ging durch die berufsschule die kinder von isieu gezeigt und die kinder von isieu die ausstellung der jüdischen kinder aus frankreich deportiert haben wir in frankreich durch alle bahnhilfe gehen lassen ich habe es hier mit der französischen mit der österreichischen bahn nicht geschafft der bahnhof damals in wien war noch gerade in arbeit gewesen die jüdischen kinder die österreichischen jüdischen kinder diese ausstellung gab es nicht aber wir haben sie in frankreich gezeigt auch in deutschland von der deutschen bahn haben wir erreicht und heute es gibt ein kann einen die ziegelfabrik im kandemil das ist nähe von ex-provence wo diese ganzen ausstellung ist von den jüdischen kindern aus frankreich deportiert auf französisch die jene die in deutschland lief und dann auch diejenigen die in englisch waren wir haben auch in trans jetzt ein neues denkmal ist gebaut worden gegenüber von der city das lager wo die juden hin kam bevor sie nach ausschütz deportiert wurden wir haben eben auch viel dazu gebracht dazu beigetragen dass wir eben uns hier sehr stark engagieren und zu jedem wir haben das ist unsere gruppe hier zum zwanzigsten jahr zum 2000 2002 haben wir die ausstellung in den deutschen bahnhöfen in den deutschen französischen bahnhöfen geführt wir haben dann auch jedes jahr jetzt wieder im dies war gegen jetzt zu ende zum siebzigsten jahrestag die ganzen transporte verlesen und zwar vor zehn jahren war es in tranzi selbst gewesen in diesem jahr war es im jüdischen museum in paris im zentrum der stadt dann für die leute ist ein bisschen weit jetzt nach tranzi zu reisen und wir haben jedes mal die transporte verlesen mit den tausend namen und das ist natürlich sehr wichtig denn es kamen viele die jetzt kommen die kinder die enkelkinder schon hin verlesen die namen der großmütter der väter und das ist eben was wir heute benötigen denn ich meine man muss ja versuchen auch zu verhindern dass es antisemitismus gibt denn ich meine das problem der dschihadisten ist natürlich sehr schwer zu regeln das ist ein problem auch der regierung wir haben zum beispiel als in die wissen ja im jüdischen museum in brüssel wurden vier personen ermordet darunter war unser mitglied von die fisi dominik sabrié sie waren auch kurz davor in einer gedenkveranstaltung bei uns gewesen hat den namen ihrer tante verlesen das sind die sachen die wir also auch versuchen anzugehen ich weiß arno hat sich sehr stark engagiert ich nehme an sie wissen was der französische kapparatist die dornay erreicht hatte hatte tausende von besonders jugendlichen dazu gebracht ihnen in den veranstaltungen zu folgen wo er sich über die schuhe lustig machte mit diesem begriff und so weiter und auch hier haben wir versucht etwas zu erreichen jüdische gemeinde in franken hatte sich nicht so stark engagiert oder mit den fisi haben wir dann gesagt nun gut das erste anstattungsveranstaltung war entnahmt gewesen am abend selbst sind wir entnahmt und wir werden verhindern dass am nächsten tag dort auftreten kann es gab natürlich jetzt ein großes problem in der regierung und weil es damals hatte ich garantiert und der innenminister also auf keinen fall darf er dieses was er sagte sich für die schuhe lustig machen die gaskammern verleihen darf er nicht mehr durchführen und es wurde dann verhangen dass er diese sache nicht mehr aussprechen kann und er musste seine ganzen reihen von 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 ding absagen das war auch eine sache was wir unbedingt machen müssen und aber ich sagte dass dazu braucht mein engagement man muss mutig sein und wir haben sagt er unsere gruppe ist die mutig obwohl wir nicht mehr die jüngsten sind aber wir sind dabei und wollen das wirklich weitermachen vielleicht habe ich vieles vergessen aber im allgemeinen ich will den auch in die möglichkeit geben fragen zu stellen aber sie wissen was im allgemeinen unser unser anliegen ist für gerechtigkeit zu kämpfen und auch dem rechtsextremismus entgegenzustehen wie oft haben wir gegen npd demonstriert in frankreich gegen le pen ich meine das sind demonstrationen wir ständig durchgeführt damit wir auch weiter durchführen können wenn es notwendig ist vielen dank